In einer Zeit voller neuer Möglichkeiten sammeln wir kreative Kräfte in einer Stadt voller Ideen. In der Medienmetropole Berlin ist alles möglich. Dort, wo etablierte Kommunikationswege nicht mehr allein wirksam sind und ständig neue entstehen, produziert und wächst die Astra Media Factory. Hier gestalten und vermarkten wir zeitgemäße Multimedia-Inhalte. Die Astra Media Factory verfügt über ein Netzwerk von mehr als 300 Medienschaffenden, Autoren, Videojournalisten, Fotografen, Producer, Cutter und Programmierer. Unter Einsatz innovativer Technologien wie Online-Management und Echtzeitkommunikation steuern wir alle Produktionsphasen unserer Produkte unter einem Dach. Erfahrene Autoren im gesamten deutschsprachigen Raum entwickeln die Konzepte von Websites, Imagefilmen und Motionclips. Von der ersten Idee bis zur Produktionsreife. In der Astra Media Factory vertonen mehr als 20 professionelle Sprecher das Bildmaterial in zwölf verschiedenen Sprachen. In der Host Production werden Bild, Musik, Text und Vertonung zusammengefügt zu bislang mehr als 8000 außergewöhnlichen Multimedia-Auftritten. Tendenz steigend. Aber dort, wo andere aufhören, fangen wir erst an. Unsere Online-Marketing-Experten sorgen dafür, dass die Web-Auftritte unserer Kunden auch gesehen werden. Wir optimieren mit unseren Produkten ständig Reichweite und Suchergebnisse unserer Kunden und sorgen auf allen Suchmaschinen und Portalen für echte, attraktive und dauerhafte Präsenz im Netz.